. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei der Premiere unserer Sendung «Leutzi». Hier haben Sie die Gelegenheit, Grüsse zu verschicken oder selbst eine Botschaft von Ihren Liebsten zu bekommen. Heute kommen Sie direkt von der Luzerner Fasnacht. Nein, ich möchte... Ganz ernst? Jetzt? Der weisse Remi noch grüsse. Er wollte nicht mitmachen. Aber wir haben es gleich schön. Kannst du ja nächstes Jahr, Remmo. Ich grüsse vor allem Tina, die heute Geburtstag hat und heute 26 wird. Wir sind extra wegen Ihnen hier. Und vor allem Gabriela, meine Familie, alle Walliser, alle Berner, alle Langnauer, sonst alle Schweizer und alle Ausländer und einfach alle, die geil sind. Adieu. Natürlich die ganze Sumpfglocker-Familie von Biel. Und wir stimmen uns hier ein für die Fasnacht, die nächsten Mittwoch bis am Sonntag anfängt bei uns. Hier in Luzern an der Fasnacht ist es einfach super. Und wir grüssen alle unsere lieben Leute im Aargau. Hallo Mami. Wenn du mich siehst, wünsche ich dir eine gute Besserung. Also ich bin ja der Postler von Luzern. Und ich grüssen also alle zusammen in Luzern, die sehnsüchtig auf die Post warten. Tut mir leid, heute ist auch gar viel los und ich kann einfach ein bisschen länger als sonst. Und alle, die wir kennen, in der Innerschweiss, in Luzern, sollen eine gute Fasnacht haben. Yeah! Wirklich, wir gehen alles. Ich grüssen alle, die glauben, sie sind in den Flaschen. Ich grüssen die Jubel an St. Paul, die ein geiles Skilager erlebt hat und meine liebe Tante Gaben. Ich grüssen die Rotsee-Hauserre. Ich bin schon mega gespannt, wie sie dieses Jahr verkleidet sind. Also zum ersten Mal grüssen wir natürlich alle unsere Kollegen. Es schrägst du! Wir sind heute hier und haben das grösste Vergnügen, die Stadt einzukommen. Mit unserem Bägelchen. Natürlich, der unter den Ecken steht. Genau. Voll brav. Leider ist unser Kabel ins Wasser gekämpft und kein Strom mehr. Es ist mehr wie eine Stromsuche. Wir grüssen Marcel und Tanja. Und Tanja. Und wir nimmten noch eins. Und was ist hier falsch? Juuu! Wir haben alle vermisst, die wir sonst immer am Donnerstag am Morgen treffen. Genau. Luzern, wie es ist, schön, super, einfach, fantastisch. Also ich grüße alle, die die Fasnacht sind, die es geniessen, dann grüße ich meine Grossi, die leider nicht da ist. Und alle Mitglieder der Kipop-Fan-Gruppe auf Facebook. Ich weiss, wir sind alle super und ich liebe euch alle. Kimchi! Ich grüße meine ganze Familie und besonders meine Kleinschwestern, die gestern Geburtstag hatte. Ich grüße meine Familie und all meine Kollegen und Jackie, der Schlumpf. Also ursprünglich eigentlich aus Mexiko. Und ich habe den Weg heute gefunden auf Luzern, weil es so affengeile Fasnacht ist, da. Und ich grüße alle von Bern. Hola, hola! Wir grüssen alle unsere Grosseltern und Verwandten. Ich möchte meine Mutter, Sarah Ming, zu Hause begrüssen mit meinem Bruder, der leider jetzt krank ist. Wir grüssen Gangka und Fanny. Wir freuen uns auf die Fasnacht nachher mit euch. Ja. Und ich grüße Sascha. Ich freue mich wieder auf die Schule mit ihr. Danke.